Für mich ist das praktisch eine völlig neue Karte. Ich habe schon das Gefühl, ich würde sie teilweise kennen, aber das ist nicht die Karte, die ich erwartet habe. Also, hier ist die Map zu Ende. Road Closed. Und eigentlich müsste doch dann hier normalerweise ein Bagger stehen. Irgendwo hier. Da ist die Baustelle. Wenn da die Baustelle ist, müsste doch hier ein Bus stehen. Da ist aber kein Bus, da ist ein Lastwagen. Also das ist für mich eine neue Karte. Ja, das macht es sehr spannend für mich. Das wird sehr speziell. Ich kenne nämlich nicht die Deckungen. Und es könnte ein bisschen gefährlicher werden, also auch schon. Dann gehen wir mal hier. Das ist eine volle Deckung. Und du siehst den ersten Melt. Sehr schön. Ähm, weißt du was? Renn mir doch gleich durch. Das ist eine volle Deckung. Das ist auch eine volle Deckung. Nimm hier. Da ist nix. Sehr schön. Dann kannst du als Nahkämpfer hier... Da ist auch nix. Also wenn das erobert wird, hier ist eine volle Deckung, gibt es sogar eine Scharfschützenposition, die glaube ich gut wird, gehen wir zuerst mal dieses Gebiet hier sichern, würde ich sagen. Bedeutet... Das steht schon recht weit vorne. Bedeutet, bedeutet, bedeutet... Du gehst mir. Hier. Scout, du gehst mir. Geh wir zu ihm. Du bist der Lone, der Wolf. Du gehst mir nicht so weit. Von der Schussposition her. Gehen wir mal hier. Bereite die Waffe vor. Du kannst im Gegenteil jetzt wieder nach vorne ein. Geh mir mal. Ja. Irina, ich mag deine Stimme. Du hörst dich immer so positiv an. Egal was passiert, du bist ein Sonnenschein. Das ist doch schön. Dich dabei zu haben, ist jedes Mal eine Erholung für mich. Diesel. Gut gemacht. Ich glaube, mit der würde ich sogar flirten. Ähm. Okay, irgendjemand muss ja noch die Wache haben. Geh mir hier. Und mach mir die Wache. Kongo! Lässt du dich vom Gemüt von Irina anstecken? Das ist doch auch schön. Ähm. Mutants? Hab ich ein Mute gehört? Und ich hab nix zum Gefangenehmen dabei. Okay. Ähm. 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 Geh mir mal hierher. Du siehst nix. Da verschwindet aber auch nicht. Mach mir hier einen Feldposten. Du würdest... Ne, wir haben sicher noch jemand anders. Hm. Sichern oder hier rüber? Sichern wir mal ab. Weiß da plötzlich was kommt. Kongo, du kommst doch nie... Der Scout kommt da hin. Dann geh mir mal bis... Hier hin. Und warte noch. Du kommst sogar bis hier hin. Gehre. Okay, aber weiter gehen wir nicht. Verheil Posten. Kannst du... Mitziehen. Du machst mir in dem Fall auch einen Feldposten. Du... Bleibst da. Würde ich sagen. Du gehst noch mit. Ja, wir wollen ja. Und du gehst... Du kannst hier eigentlich mit in den Raum stehen. Dadurch, dass die gesichert sind und hier nichts passiert, spiel das für dich auch keine Rolle. Sehr schön. Und da vorne sind sie. Du hörst das? Ey. Wenn ich jetzt auslese, habe ich ein Problem. Dann renne ich einfach weg. Das sind Mutants. Ich habe aber auch von den Männer gehört, glaube ich. Also komm. Wenn da was ist, renne einfach weg. Da ist nix. Du rennst trotzdem weg. Wir wollen keine Begegnung. Ähm. Renne einfach hier. Sie steht jetzt mitten im Feld. Das heißt, ich mache jetzt momentan nix, solange die nicht in Deckung ist. Weil wenn ich jetzt hier näher gehe und da tatsächlich was wäre, kann ich ja mit ihr nicht mehr reagieren. Ne, machen wir. Das heißt, du kannst noch hierher... ... die Anfallpost machen. Bleibst da. Du könntest sie theoretisch absichern. Hierher. Scout, gehen wir mit dir näher. Kannst du in der nächsten Runde vielleicht schon ein bisschen was besser sehen. Gehen wir zu dieser Location. Machen wir. Aufgrund des Abstands solltest du jetzt eigentlich hier auch Lonely Wolf sein. Dann gehst du mir noch... ... zwischen sie. Jetzt habt ihr eine richtige Feuerwand hier. So. Das ist doch ideal, oder? Das sind Mutants. In Ordnung. Da ist der nächste Melt. Ja, der ist zu weit weg im Moment. Gerade so, wie ich mich bewege, sowieso. Ähm. Pudum, 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 pudum. Nahkämpfer. Da ist nix. Ich trau diesem Fahrzeug noch nicht ganz. Machen wir die nächste Feuerwand. Ja, wofür ich. Ja, wofür ich. Ich möchte zuerst nachher diese Position sichern. Und dann mit dem Scharfschützen, allenfalls hier rüber. Von den Deckungen her, dafür, dass es Mutants hat. Gut, du könntest mir eigentlich hierher. Ich gehe. Zumindest mal die Gegend sichern. Du kommst sogar nicht auch hierher. Gut. Dann würde ich sagen, wir richten wieder Deckungen ein. Du gehst noch hierher. Okay, Posten. Soll ich jetzt mit dir schon näher ziehen? Roger, tracking. Wenn ich jetzt mit dir näher gehe. Würde ich es dann vielleicht den nächsten Zug da rauf schaffen? Ziehen wir mal hier. Moment mal, die Geräusche waren doch schon da. Werden wir jetzt umkreisen? Nein! Wow! What? Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Das ist ein Scherz. Fünf dünner Männer und drei Stealths. Wie weit geht denn die verdammte Karte? Okay. Wow. Okay. Ähm. Ich bin geschockt. Ich weiß nicht, was machen. Ähm, ähm, ähm. Höhenboden haben sie auch noch. Gehen wir hier. Gehen wir hier. Ich muss zuerst mal die Suche ausschalten, unbedingt. Gehen wir hier. Ich bin zuerst, Commander. Ich bin zuerst mal. Sie sind in Sicht. Nein! Natürlich! Löse doch noch mehr aus. Uns ist ja langweilig. Du triffst nicht. Okay, jetzt... Jetzt habe ich richtig was zu tun. Du kannst Hunker-Dauern machen. Gott. Müsst du es immer gleich so übertreiben. Okay. Ich bin zuerst. Jetzt trefft doch wenigstens. Okay, du wirst vermutlich angegriffen von den Suchern. Ich bin zuerst. Trefft doch wenigstens. Ja, es wird jetzt so schlimm. Overwatch. Wo gehst du hin? Overwatch. Plankierst du mich? Overwatch. Okay, drei Overwatches. Das ist nicht so schlimm. Und da kommt der erste Enttarnter. Gut gemacht. Katerpie hat daneben getroffen. Aber du hast getroffen. Sehr gut. Also, es stand zumindest Katerpie. Ich will dir jetzt nichts vorwerfen. Vielleicht ist es ja auch nicht so. Also. 52. 72. 72. 72. Du hättest den und den. Bei dir ist es sinnlos, welchen du hast. Du triffst den eh nicht. Du hättest den mit 100%. Du könntest ihn entwaffnen. Würden wir uns noch sparen. Du hast keine Blitzschneidreplexe, aber du... Okay. Also. Komm. Nein, das reicht dir nicht. Warum denn? Wache. Würdest du den von hier... Aber der... Nee, das kann ich nicht machen. Das wäre zwar interessant, aber dann wirst du flankiert. Das ist zu gefährlich. Aber theoretisch... Du wirst doch nächste Runde von ihm flankiert. Bitte, 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 bitte. Danke. Du wirst doch nicht flankiert. Fellposten. Ich kann dich nicht bewegen. Mach mir noch einen Fellposten. Du siehst ihn. Wenn ich mit dir irgendwie die Position tauschen könnte. Wenn ihr zwei jetzt eine andere Position hält, wäre das ideal. Du hast Reaktionsfeuer, komm. Nein, 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 nein. Suppressed, okay. Da kommt der nächste getahnte. Sehr schön. Zwei. Es ist noch einer. Nein, 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 nein. Der flankiert mich. Und da kommen die dünnen Männer. Nicht getroffen. Es wird dir mehr besser, es wird dir mehr besser. Die Target sind noch nicht. Zwei Stück. Nein. Also von drei haben bisher nur einer getroffen. Wo geht der hin? Ich bin im Kreis, ich bin im Kreis Und er schießt von oben nach unten Oh, okay, Glück gehabt Wow, 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 wow Aber du schießt, oder? Nee, du bewegst dich jedenfalls Das ist dumm Also für mich ist es natürlich positiv Du schießt, oder? Keiner schießt Ich hab noch Glück, ich hab noch Glück Okay Konzentrieren wir uns Du würdest Okay, da ist ein Overwatch Ich brauche jetzt generell mal Treff die Seht ihr die? Du siehst nur den Du hättest hier eine volle Deckung Würdest ihn sogar flankieren Problematisch dabei ist eigentlich, dass Die da oben dann theoretisch nach unten kommen könnten Du siehst alle fünf Du könntest sogar den eventuell ausschalten In Ordnung Bei dir warte ich noch Du wärst Wer wärst du eigentlich? Du wärst ja hier drin mit dem Nahkampf 83 In Ordnung Was auch eine Idee wäre Das ist allerdings schon Eine Verzweifungstat Einfach die in die Deckung wegschiessen Also Im theoretischen Warum wird die Deckung nicht erwischt? Komm Komm Du wurdest sogar noch ein bisschen getroffen Tut mir leid Neckfelle Das war nicht Sinn und Zweck Also bei dir würde ich jetzt hier rüber gehen Dann wär er flankiert Und damit ist er tot Hoff ich Sehr schön Du siehst doch Nach dem Mit 76% Das heißt Du könntest versuchen Hier auch rüber zu gehen Mit dem gleichen zu treffen Oder Volles Risiko Hier nach oben Damit ist er flankiert Oder? Damit müsste er flankiert sein Bedeutet aber gleichzeitig Ich müsste auch den ausschalten Wie würde ich denn das machen? Du würdest eine Lenkgranate Du kommst aber nicht so weit Mit einer Lenkgranate Du würdest 71% Du würdest 52% Gegen den Könntest aber theoretisch noch hierher Und vielleicht versuchen Ihn unter Feuer zu nehmen Du siehst im Moment nur noch 2% 80% Und den mit 70% Den würde ich jetzt aber Also komm Bevor wir zu viele Pläne fassen Versuchen wir es überhaupt Ob einer davon klappt Ähm Das waren jetzt Das waren glaube ich schon 2 Oder 3 2, 3, 4, 5 Komm ich hoffe Ich erzähl mich nicht Es könnte es ein Problem geben Aber du gehst jetzt hier Und flankierst ihn Ich gehe Nee du siehst nochmal Nee das ist es selber Gut Weg In Ordnung 80% Dann ist zumindest mal Die Überwachung weg Oder entwaffnender Schuss Aber das können wir Fürs Mute noch brauchen Nee komm Du schaffst es Sehr schön du schaffst es Katapie Du bist mein Held So schnell kann sich Die Grundstimmung ändern In Ordnung Du würdest noch Blankgranaten Du könntest hier Eine Blankgranate Rüberschmeißen Dann wäre Hier das Feuer Weg Dann könntest du Und du Noch was machen Und du wärst ja auch noch da Okay Dann denke ich mal Die Blankgranate Ist nicht so eine schlechte Idee Aber es ist eine halbe Deckung Wie weit Kommst du denn nochmal Ist vielleicht nicht Der perfekte Plan Das ist eine halbe Deckung Das stört mich jetzt Das wäre eine volle Deckung Aber nochmal Nur kurz Wie weit Würdest du denn kommen Ey Kann ich Einfach nur mal kurz ziehen So theoretisch Okay Das sind ungefähr Das könnte reichen Das könnte reichen Versuch's Du kannst ihn sogar flankieren Also jetzt Die Frage Flankieren oder Flashbang Theoretisch Könntet ihr ihn sogar Mal gucken Die Theorie klappt Schade Wie weit kommst du denn Mit Sturm und Schuss Du würdest sogar hier Nach oben kommen Die Theorie Oder du könntest versuchen Den Newton auszuschalten Hierher Vollgas Und den Newton ausschalten Im Moment ist Der aber dann Also wenn ich das jetzt Wenn ich jetzt vollgas Hier gehe Den Newton ausschalten Kommst du denn Schaffst du nie Das sind die Theorie Ist es nicht schlecht Die Fahrt dabei ist es Noch die nächste Gegner auslöse Würde ich dir die Flashbang Gegenwerfen Andere Möglichkeit Ja wenn ich mit Du hast aber blitzschnell Reflex Eigentlich kann ich mich auch bei dir Noch zurückziehen Notfallmäßig Dann eventuell Ihn unter Feuer nehmen Sturm und Schuss Jetzt zu ihm Oder zu ihm Das ist ne volle Deckung Das ist ne volle Deckung Wie groß ist die Gefahr Das ist nochmal Ne ja eigentlich kann Da hinten nichts mehr sein Komm Sturm und Schuss Bekannte letzte Worte Da hinten kann nichts sein Steppen auf Das ist was wir suchen Weg mit dir In Ordnung Du wirst von da Flankiert Wenn ich hierher gehe Hab ich ne volle Deckung Und Sehe ich ihn da noch Ich bin auf dem Weg Okay Machen wir Feldposten Und Zur Sicherheit Ne Flashbang Das ist zu nah Ich weiß aber Ich kann nicht anders Ja es war zu nah Schade Versuch was wert Ich Ich habe keine Arme Ich habe keine Arme Das geht Das geht Das heißt Das heißt Du würdest mir hier Einfach in der Hoffnung Es ist jetzt tatsächlich Niemand mehr unterwegs Das reicht oder Von der Entfernung her Da ist der nächste Meld Geh mir Geh mir hier Und Feuer frei Da lebt noch Aber du hast nochmal einen Schuss Okay Du hast schon einen Kill Würdest du ihn von da sehen Ne schade Soll ich dir einen Pistonentreffer geben Du hast eigentlich auch schon einen Kill oder Du würdest mir einfach nachladen Auf meinen Weg Komm reche dich Der hat dich unter Feuer genommen Das kannst du dir nicht bieten lassen X-Ray neutralisiert Sehr schön Gutes Gutes Spiel gewesen Hätte ich nicht gedacht Das so erfolgreich endet Naja es ist ja auch noch nicht vorbei Ähm Wollen wir dann unbedingt alle nachladen Bleib mir mal genau da wo du bist Lade mir nach Du kannst mir Zumindest hier nach innen Geh mir doch mal hier Mach mir einen Failposten Es scheint ja noch nicht fertig zu sein Du gehst mir jetzt wieder Geh mir hier Geh mir hier Nachladen Du kannst mir eh nachladen Dann würdest du mir auch nachladen Und Du gehst mir Hier rein Lädst mir ebenfalls nachladen Ich habe immer noch Mutants Es ist noch nicht vorbei Mutants hat es immer noch unterwegs Dann geh mir hier nach oben Bereite mir die Waffe vor Also da hinten ist der nächste Meld Geh mir mal hierher Da ist verständlicherweise nix Ich habe keine Spur jetzt im Moment Also ich weiß nicht wo der nächste Gegner ist Ich hätte noch einen Battlescanner aber Geh mir mal hierher Da ist nix Da kannst du in der Theorie eigentlich auch Ja So Wie gehen wir vor Da hält nicht mehr allzu lange Wird mir vermutlich auch nicht reichen Ist auch gerade nicht so wichtig Wichtig ist, dass ich das hier überlebe Ich kann sie in der Theorie versuchen Mal hier zu gehen Geh mir jetzt hier mit Roger das Du letzt Sollst nie Geh noch eins näher Uiuiuiui Ich könnte sogar hierher Damit wird es mich vielleicht dem nächsten Zug reichen Aber du müsstest nachladen Hochrisikospiel Geh zu diesem Ort Geh zu diesem Ort Geh zu diesem Ort Glück gehabt Gut zu gehen Ähm Du ziehst mir hier ebenfalls nach Doppelzeit Und du machst mir noch einen Failposten Ich bin wirklich unsicher Ob ich jetzt oben genügend gezählt habe Oder nicht Okay, links von uns Das ist sehr gut Das heißt, ich kann hier ran Na Nein 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 Ich würde doch sogar Genau wieder Hö, ich hab Ach, du hast die Pistole nachgeladen Das war schlau Ich wäre doch genau wieder Ach, Computer Danke, 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 danke Danke, danke, danke Nochmal danke Und gleich Nochmal danke Danke Habe ich schon Danke gesagt? Dann sage ich es nochmal Ihr könnt mir ja wirklich sagen, was ihr wollt Das macht doch der Computer extra Ich bin auf, Commander Nächste Gegner sind hier vorne Mutants Mach die Raketenstart, klar Lade nach Geh mir mit Volldampf hier nach vorne Wir brauchen dich hier vorne Ähm Geh mir hier ein Feldposten Ne, bereite die Waffe vor Ich geh jetzt kein Risiko mehr ein Das heißt Absurd werden die nur noch mit Raketen beschossen Egal wo sie sind Na? Okay Sie stampfen immer noch Dann geh mir mal Geh du mir mal hierher Das ist affirmativ Niemand Niemand Aye, aye, Commander Niemand Warte noch Hände da jetzt Niemand Das könnte ein Problem werden Mit der Schussposition Von der Rakete Da wo du jetzt stehst Hm Es könnte ein echtes Problem geben Die sind doch hier hinten gewesen Dann steht dir das hier entweder im Weg Oder das hier in der Terrain Geh mal hierher Geh mal hierher Geh mir trotzdem die Waffe vor Heldposten Du kannst noch ein Stück Aber das ist das letzte So Du ziehst mir hier mit Und du gehst mir Hierher Geh dir wieder die Waffe vor Du gehst mir. Yeah. Und machst einen Failposten. 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 Wow. Was zum... Geier. Die hab ich gar nicht mehr gedacht. Der Schuss sieht auch nicht aus. Gute Schusshaltung. Gefällt mir. Wow. Den hab ich jetzt echt nicht mehr gedacht. Ähm. Könntet ihr zwei eigentlich die Schussposition wechseln? So dass... Ich bin auf der Bewegung. Mhm. Funktioniert. Das heißt, du würdest dann... Ja, komm. Roger. Tracking. Und da die Waffe vorbereiten. Ähm... Mach einen Failposten. Bereite mir die Waffe vor. Du könntest in der Theorie sogar hier eins näher. Wen haben wir noch? Ne, wenn schon. Okay. Gehst du mir hier eins rüber? Slusche es. Du hast mir hier einen Failposten. Du gehst mir... Ähm... Tja. Hierher? Wir sind am Ende der Karte, also. Wobei... Mach mir hier einen Failposten. Dann kannst du mir... Hierher. Roger. Tracking. Und die Waffe vorbereiten. Failposten. So, jetzt... Wo bist du eigentlich? Bis hier hinten. Okay. Na dann. Wen nehmen wir denn? Es kommen wieder die halben Deckungen. Das gefällt mir nicht. Das ist eine volle Deckung. Geh mal da schauen. Da ist auch nichts. Versteckst du dich in der hintersten aller möglichen Ecken? Also hier hinten, oder wie? Aber ich hab dich doch hier gehört. Halbe Deckungen sind so schlecht. Aber ich... Könnte mich dann hier vorarbeiten. Gibt's denn irgendwo noch ne... Das wäre noch ne volle Deckung. Da schicke ich lieber dich hierher. Auf den Weg. Failposten. Ähm. Und... Dich hierher. Kannst mir wieder die Waffe vorbereiten. Du gehst mir jetzt hierher. Ja. Geh jetzt auf die Position. Failposten. Du rennst mir... Hier in die andere Deckung. Du machst ein Failposten. Du hättest immer noch den Doppelschuss. Aber wenn ich jetzt mit dir hierher gehe, löse ich vielleicht den nächsten Gegner aus. Und jetzt gerade sind alle Wachen. Also mach einfach eine normal Wache. Du könntest mir noch eins mehr hergeben. Und hier die Waffe vorbereiten. So. Da sind sie. Da sind sie, die Schweine. Da kommen sie. Oh je. Das beginnt schon mal nicht gut. Drei Mutants und ein kleiner. Schön. Sensationell, Mad Dog. Du siehst den und du siehst den. Du könntest noch mit Sturm und Schuss hin. Du siehst keinen. Du siehst einen für 100%. Du könntest ihn sogar entwaffnen. Wir halten dir das mal bei. Notfallplan. Du wärst Nahkämpfer. Du könntest mit Sturm und Schuss... Also im Moment sind es noch drei Mutants. Ich habe das richtig gezählt, oder? Du könntest also mit Sturm und Schuss eigentlich hierher... ...und ihn von der Seite... ...pflücken. Hätte ich denn noch jemanden, der dir da notfallmäßig... Wie weit würdest du denn jetzt kommen? Schaut, es blockt überall. Ne, da hinten gab es ein Schussfeld, ganz kurz. Ich habe doch das gesehen. Okay, du würdest eh nur bis dahin kommen. Bringt also nichts. Macht es vermutlich mehr Sinn, dich hierher zu ziehen. Wart noch. Du könntest bis hierher. Du würdest ihn sogar eventuell unter Feuer nehmen können. Okay, zweite Raketenschütze. Wo? Ich habe dich schon gesehen. Wo würdest du denn... ...hinkönnen? Du würdest sogar dessen Deck unterschießen können. Und sogar noch den anderen treffen. Ich würde sagen, das machen wir. Oder wir konzentrieren uns voll auf ihn. Ist das dasselbe, wie mein Scharfschützer hat? Vermutlich schon, oder? Ja. Nicht schlimm. Das heißt aber, mein Scharfschützer... Ne, du siehst ja zwei. Mein Scharfschützer sieht wirklich nur einen. Dann muss ich es doch versuchen, so zu bekommen, dass der zweite auch noch Schaden bekommt. Also, dann ist das... Komm, noch ein bisschen rüber. Dann ist das das Maximum. Miet es! Schön gemacht. Du siehst ihn doch. Das heisst, du würdest das Zielen von allem verbessern, wenn du da stehst. Das ist affirmativ. 37 Prozent, aber... ...du verbesserst das Zielen. Du würdest nur den. Du könntest dich aber noch annähern. Du könntest noch Unterdrückungsfeuer machen. Du siehst ihn ja von da. Das heisst, du könntest auch Unterdrückungsfeuer machen von hier. Könntest du eigentlich näher und dir vielleicht einen Boni wieder zurückholen. Geh mal hier. Siehst du alle drei. Den siehst du nicht wirklich besser, aber... Der müsste doch eigentlich tot sein mit Sturm und Schuss. Schauen wir uns mal kurz an. Also, Sturm und Schuss würde ich jetzt hier herinnen. Von hier flankieren. Ja, der ist ja tot. Der ist tot. Der ist sowas von tot. Komm. Oh, ja. Nix wie hin hier. Got it. Moving. So. Bye, bye. Großer, dicker Kerl. Sox. Sende dir deine Grüße. Ja, dann warst du einfach da. Also, ihr habt es nur eine Position gegeben. Die ich gesehen habe. Wenn ich hierher gehe, komme ich vermutlich nicht ran, oder? Hierher vielleicht? Beide. Gut. Du würdest jetzt auch beide treffen. Heißt? Viel Spaß. Und weg damit. Adios. Kommander, die Operation war ein Erfolg. Ah. Operation Deviant Guard. Oder gut. Gott? Nee, Gott. Deviant Guard. 15 Gegner. Keine Verluste. Ah. Schade. Ich hätte allzu gerne da jemanden gefangen genommen. Ich glaube, es wurde nicht mal ein bisschen die Rüstung angekratzt von meinem Sani. Aber sonst. Sonst ist das richtig reibuslos verlaufen. Unsere Träume machen es einfach da draußen. Wir hoffen, dass sie nicht zu schocken werden. Nee, zu gierig werden wir nicht. Nee, das ist richtig gut verlaufen. Tech Sergeant. Mad Dog. Kralova. Du. Wow. Schon so weit? Was hätten wir denn hier? Sharpshooter. Aim plus zwei. Plus zehn in allen... ...Situationen. Das ist nicht schlecht. Oh, lock and load. Primary weapon receive one addition shot or burst before a reload is required. You may reload your primary weapon as the first action. Oh, 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 oh. Oh, das ist ja ganz geil. Wow. Nee. Nee, 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 nee. Nee. Lock and load. Das ist ja geil. Also, meine Hauptwaffe bekommt einen zusätzlichen Schuss oder Burst, bevor ich neu laden muss. Und wenn ich als erste Aktion Neuladen mache, verändert das nicht mein Zug. Verstehe ich das richtig? Ja. Das ist geil. Gar keine Frage. Casino bist du jetzt auch schon tech. Mayhem. Converse to damage when suppressing. Gott, ist das ein langes... Das ist ein ewig langes Talent. Ne, das nehmen wir. Mayhem. Also ich bekomme zwei Schaden, wenn ich unterdrücke, was ich nicht mache. Außerdem bekomme ich zwei Schaden für explosive Granaten, Minen und den Rocket Launcher. Außerdem noch... Moment nochmal. Was war das letzte? Das dritte? Für SAW und LMG-Serie-Waffen bekomme ich plus eins Schaden, wenn ich flasche. Oder plus zwei Schaden beim Rapid Fire oder Standardschuss. Außerdem vier Schaden für Sniper und Long Rifles, Markman Strike und Reve... Gott, das ist einfach eine Riesenliste. Das kann nur gut sein. Mayhem. Sektoid. Zwei Flieger. Drei Dünner Mann. Vier Mutant. Das heißt, ich habe zwei Explosiv... Zwei explodieren lassen. Vier Mutant. Fünf Alirium. Acht Alien Aloys. Vierzehn Waffenfangsmit. Acht Meld und drei Sucher. Und das bedeutet auch gleichzeitig, ich habe... Ne, Mutants habe ich keine in die Luft geschossen. Schön. 115 Kredits Panik in Australien zurück. Remember, wir werden sehen. Was will ich denn da eigentlich noch? Funktioniert jetzt hier nebenbei die Schnellspeicherung wieder? Nur mal kurz schauen. Sie funktioniert wieder. Ich verstehe das System wirklich nicht mehr. Davor ist gar nichts gegangen, jetzt geht es wieder. Yeah. Also Australien, wie sieht es denn überhaupt aus? Irgendjemand hat noch eine Anfrage. Mutant Corps. Oh Gott. Niemals. Fünf. Zehn Mutant Corps. Für den Corporal. Fünf. Ägypten. Wir waren doch bisher wirklich beste Freunde. B... Dachtest du bisher... Bist du typisch... Wie man es halt so kennt aus... Einigen... Regionen. Man lockt zuerst mal mit ein paar Geschenken. Macht großzügige Angebote. Und dann kommt das... Die Hammer-Anfrage nach dem... Motto, wir sind ja jetzt wirklich... Beste Freunde. Du... Das kannst ja machen. Fünfzehn... Niemals. Hey, du hast schon fast ein volles Schild. Schau mal. Du hast die meisten... Die Meisterunterstützung bekommen. Noch mehr wie Russland. Wenn ich das richtig sehe. Und dann kommst du mit so einer Anfrage. Bist du wirklich des Wahnsinns? Ich muss mir merken, wenn die Operation war. Unbedingt. Ich muss das... Ich muss das... Unterbinden. Soll ich hier mal noch was machen? Ich bin immer noch im Überlegen. Ich baue mir vielleicht nochmal ein Labor hier. Weil ich muss... Ich muss unbedingt... Ich muss Wissen ausbauen. Soll ich hier schon mal? Ja, gut. Der nächste Seite, die kommt noch lange nicht zum Tragen. Warten wir noch. Noch irgendwelche Waffen? Ich denke mir, jedes Mal bei den Waffen irgendwas fehlt. Und es fehlt auch was. Es fehlt doch... Noch ein Laser Rival. Das bist doch du, dass ich da möchte. Genau. Komm, wir nehmen nochmal eine. Was für ein Stress. Okay, 25 Meld. Von China. Ein Meld ist momentan, glaube ich, vier Wert oder drei. Lass mich mal kurz schauen. Wo ist der Meld? Vier. Und wie viel wollt ihr dir? 25. Das heißt, ähm, 90. Das wären 90 Credits. Und ihr bietet 1780. Also das Doppelte. Und sie ist begging. Also die, die, die battlen darum. Wenn man das... Ja, die battlen darum. Ähm, und wenn China battlen, dann haben sie wirklich Probleme. Wie sieht's denn aus, China? Sonst... Ja gut, nee. Ihr habt bisher nicht viel Liebe von mir bekommen. Natürlich. Komm. Rein als Menschenfreund. Und das Schild ist gestiegen. Sehr schön. Selbstverteidigung ist bereit. Ein Raider, der landen möchte. Gehen wir mal zurück. Und wir speichern wieder. Bis gleich in der nächsten Episode.